Sorkum ist eine spannende Alternative für Mais bei Futter und Biogas. Insbesondere zur Risikostreuung ist Sorkum interessant. Gerade in trockenen Jahren wächst Sorkum auch noch ertragreich. Denn es braucht 20-30% weniger Wasser als Mais. In diesem Video sehen Sie eine Fläche, die Mitte, Ende Mai ausgesät worden ist. Mein Name ist Bernhard Holtmann, ich bin Geschäftsführer von Holtmann Saaten und selbst Landwirt. Im zweiten Teil unserer Videoreihe zu Sorkum zeige ich Ihnen, wie unser Bestand nach der Aussaat aussieht. Aber bevor wir starten, stellen Sie sicher, dass Sie unseren Kanal abonnieren. Klicken Sie dazu einfach auf Abonnieren und aktivieren Sie die Glocke nebenan. So werden Sie immer informiert, wenn wir ein neues Video hochladen. Auf diesem Schlag haben wir verschiedene Sorkumsorten in der Breitsaat ausgesät, mit einer Saatstärke von 20 kg pro Hektar. Die Aussaat hat hier vor ungefähr drei Wochen stattgefunden. Wichtig ist, dass der Boden eine Temperatur von mindestens 12 bis 14 Grad hat. Wir haben hier verschiedene ein- und mehrschnittige Sorten ausgesät, um mal ein wenig zu testen. Einschnittige Sorten haben ca. 100 bis 120 Wachstumstage. Mehrschnittige Sorten können nach 40 bis 60 Tagen zum ersten Mal beerntet werden. Sorkum ist recht langsam im Jugendwachstum, deswegen muss sehr genau auf unliebsames Beikraut geschaut werden. Links sehen Sie Sorkum, rechts Mais, zum gleichen Zeitpunkt gelegt. Allerdings hat der Mais etwas gelitten, weil es nahezu nicht geregnet hat und deswegen war es im Auflauf sehr langsam. Normalerweise wäre Mais schneller. Im nächsten Teil zeige ich Ihnen, wie Sorkum weiter gewachsen ist und welche Pflanzenschutzmaßnahmen wir durchgeführt haben. Wenn Sie Fragen haben, posten Sie diese einfach in den Kommentaren und ich antworte darauf. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und nicht vergessen, wenn Ihnen das Video gefallen hat, teilen Sie es, liken es und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, indem Sie auf den roten Knopf drücken. Weitere Infos finden Sie auf www.holtmann-saaten.de und natürlich in den spannenden Videos hier auf dem Kanal.